Mysteriöses Wasser. Die sind ja ja nicht überall, ne? Die sind ja nicht überall, ne? Ich lauf einfach mal dahin und das sieht mir sehr... Die sind ja nicht überall, ne? 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 Also ich wusste auf jeden Fall, dass wir nach diesem... Da hab ich schon mal richtig geschätzt, dass wir nach dem langen Level hoch... ...wieder was von der Story mitkriegen. Das war ne ganze Menge. Oder eigentlich haben wir ja nur ne Vision gesehen. Okay, hier sind wir wieder in dem langen... ...in der Brücke. Äh, was heißt wieder? Hier sind wir in der Brücke eigentlich. Äh... Bin ich das? Ne, das ist doch dieser andere Sonic, den es in anderen Sonic-Teilen gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich viele noch Let's Playen kann. Ich würd so gerne, aber die sind meistens nur für Konsole. Es gibt ein paar noch... Sonic Generations... ...und ich glaub Adventure 2 schon nicht mehr. Die wird alle nur für... ...Wie und... ...Xbox und sowas, aber... ...spiel ich ja nicht. Und könnte ich, wenn ich's spielen würde, auch nicht aufnehmen. Muss ich da rein? Ah, das sieht mir doch... ...ja, nicht danach aus. Okay, das heißt aber wohl, dass ich hier noch nicht... ...zwingend was machen kann, wenn ich auch wieder raus kann. Oder hier? Kann ich nicht rein. Hier kann ich wieder hochgehen, aber... So... ...hier ist ja der Eingang. Ähm... ...was wollte ich jetzt machen? Warte, dreh dich mal eben Kamera. Ich komm so grad nicht klar. Ach... Kann ich ja selber. Hier will ich drauf... ...und dann hier drauf. ...hier ist nämlich noch... Ach, hier waren wir ja grad eben. Na super. Also was ist das hier? Also hier Knöpfe auf dem Boden. Wenn ich drauf laufe, werden die aktiviert. Muss ich's machen, dass alle aktiviert sind? Ist das ein Rätsel? So... So, jetzt sind zwei. Wenn ich den hier mach... ...sind... ...noch ein paar. Oder muss ich erst... ...hier dieses Gesicht? Dann... ...hier dieses Gesicht? Dann hier dieses Gesicht? Ach ne, ich weiß es nicht. Ich glaub das waren sechsmal die gleichen Gesichter. Ups. Das war doch alles der Eggman. Naja, egal. Äh... War ein Versuch wert. Also können wir jetzt hier wieder raus. Wir sind im Dschungel wohl... Ach ja, er ist hoch. Wir sind im Dschungel wohl noch nicht fertig. Durch diese Tür da, wo wir jetzt gerade nicht durch konnten. Oder die da oben mit diesen komischen Platten am Boden. Wird die Tür sein in diese lange Brücke da hinten. Mit der wir dann... ...zum Eggman-Festung gehen? Keine Ahnung. Sieht so aus. Irgendwie sowas. Irgendwas vom Eggman. Ist der ja auch gerade hingeflogen. Okay, scheint Nacht zu sein. Oder sieht mir das nur so aus. Es kommt mir dunkler vor. Können wir da irgendwas... ...ein kleines Jump-On-Rätsel. Dass man hier den Baum hochkommt. Ist ja auch lustig so. Jump-On-Rätsel ist ja kein Jump-On-Spiel oder so. Andere Rätsel wird es hier nicht geben. Ja, das ist eindeutig Nacht. Okay, das haben wir schon. Irgendwas wird hier im Dschungel also noch sein. Was weiß keiner. Vielleicht finden wir ja die Leiter nochmal wieder. Und haben nochmal einen Überblick über alles. Oh, ha. War natürlich gewollt. Ach, wir können ja auch wieder hier hin, ne? Wir können auch wieder in ne... Mystic... Huch. Also nö. Hier ist nur... ...die Pyramide und die lange Brücke, die gerade durch einen Grafik-Bug durch die Pyramide geht. Okay, wann ist hier? Können wir... Bringt das was, wenn wir wieder zurückgehen? Oh, so viel Farbe, das ist ganz so schön. Nein! Oder können wir jetzt hier was machen, endlich? Hier mit diesem Teil. Ey! Oh, der geht immer weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier... ...unberührt bleibt. Ey, bleib... Wie kann ich den denn nehmen? Da schwimmt was. Ich seh's doch. Ich seh's doch. Da schwimmt ein Ei oder so. Ein Metall-Ei oder so. Schwimmst du bis zum Ufer? Bis ich dich nehmen kann? Ma. Bleib still. Ah. Hm, 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 hm. Ich nicht wissen. Hm. Hier ist es auf jeden Fall auch Nacht, ja. Wäre ja auch sinnlos, wenn nicht. Aber trotzdem. Hier ist auch Nacht. Einfach kurz überall nochmal hinlaufen. Aber hier ist ja eigentlich nix mehr, ne? Hier ist nix drinnen. Nein. Der Raum ist irgendwie komplett unnötig, wenn da nicht mal bald was passiert. Okay, kommen wir denn noch... ...in Station Square rein? Was ist überhaupt... Sagst du was anderes? Naaah. Ah, wir sind das Forschungsteam, das die Ruinen untersucht. Das zweite Team ist kurz nach dem ersten Team in den Dschungel aufgebrochen. Aber weil sie mich nicht mitnahmen, musste ich zurückbleiben. Naaah, ergibt Sinn. Und was sagst du hier, du Tipplicht? Eine große Gebäude ist tief in der Dschungel. Näh. Alter, dein Ernst? Oder ist hier jetzt was? Ah. Guck mal an. Wer sucht, wird belohnt. Sind wir jetzt dahin geschwommen oder wie? Was sagst du? Landungsstelle? Hier geht's zu den Mystic Wounds. Was ist los? Landungsstelle? Alter, das ist ein Schiff gewesen. Das ist ein... Das ist ein Hafen. Oh, hier sind wir. Ah. Auf und Eck-Carrier. Hier haben wir gegen Chaos 6 gekämpft. Kennen. Öffne die Luke, wenn du reingehen willst. Wenn du erschossen werden willst, bist du am richtigen Ort. Aber pass auf. Nach dem Verwand... Nach der Verwandlung wird man dich vielleicht ins All senden. Ähm. Ich jetzt mal war kompletten Scherz, dass es auch nicht ein Halter ist, ne? Ein Hebel ist, ne? So, hier kommt gar nichts mehr, wo ich aber trotzdem gerne hinwürde. Egal. Ja. Dann bringt das wohl doch nichts, hier hinzugehen. Äh. Da. Ich würde gern wieder zurück. Huch. Was geht ab? Ne, ich würde gern wieder zurück. Ah. Okay. Ab nach oben. Und jetzt gehen wir gucken, ob wir hier hin gehen. Ob wir noch in Station Square kommen. Und ob da vielleicht doch noch was ist. Wenn nicht, muss ich wirklich im Dschungel weitersuchen gehen. So. Ich komme auf jeden Fall noch hin. Hier sind auch ein paar neue Leute, mit denen wir mal kurz reden können. Man sagt, dass eine Rakete hier abgestützt ist. Aber verlassen sie uns wirklich? Stimmt das? Ich hab's gesehen. Wirklich. Das reicht mir. Ich bleib nicht hier. Es ist zu gefährlich. Ich bleib keine Sekunde mehr hier. Bombe abgestürzt. Es wird mich verarschen oder so. Äh. Rakete abgestürzt. Nicht Bombe. Es war jetzt nicht denen sein Ernst, oder? Ich hoffe mal, dass dann irgendeinfach nur dummes Frauengelaber war. Aber erwarte nicht zu viel. Wenn du zu viel erwartest, wirst du umso enttäuschter werden. Toller Moralspruch. Ähm. Es war ja nicht so, dass ich dich schon toll fand. Dass ich dich schon so toll fand. Aber ich war so einsam. Ich konnte nicht allein sein. Ja, 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 ja. Das ist der Crystal Ring. Das ist der Crystal Ring. Das reduziert die Zeit, die braucht, um die Kraft für die Lichtspeed-Dash. Naja, ist jetzt nicht das Wichtigste, ne? Aber... Okay. Schön zu haben. Wie schnell lädt er sich jetzt auf? Ja, ist schon eine ganze Menge schneller. Und du hast immer noch nichts Neues zu sagen, oder? Ich bin der Hotel Manager. Ich bin der Hotel Manager. Rufen Sie mich, wenn Sie etwas wollen. Und? Wie geht's Ihnen? K.O. Achso, Ihren K.O. Wachsen Sie? Sie gehen so gerne spazieren. Ja, ich geh gleich mal mit dir spazieren, Junge. Nein. Da wird ein neues Sample eingespielt vom neuen Soundtrack. Woh! 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 Woh!